Wenn du dich mit dem Thema KNX beschäftigst, stolperst du irgendwann sicherlich auch über das Thema DALI. Was ist das überhaupt? Wann brauche ich das? Darüber reden wir im heutigen Casario Tech Talk. Heute ist der Philipp bei mir, unser Elektroingenieur bei Casario und Spezialist für Lichtplanung. Philipp, wir müssen mal über das Thema DALI reden, denn das ist, glaube ich, zum einen sehr ergiebig und auch sehr komplex. Als Häuslebauer habe ich irgendwie das Thema KNX, das ist klar. Da habe ich meine Sensoren und meine Aktoren. Und irgendwann, wenn ich dann in das Thema Lichtplanung einsteige, stolper ich über den Begriff DALI. Hol mich und die Zuschauer bitte mal ab, was ist es denn überhaupt, dieses DALI? Also DALI ist eine digital adressierbare Lichtschnittstelle, also eine Art Kommunikationsweg, um Licht zu steuern. Das ist schon relativ alt, dieser Standard. Das ist eigentlich mal entstanden, um in großen Bürogebäuden, Veranstaltungshallen, in der Stadthalle zum Beispiel, eine große Anzahl von Leuchten zu schalten oder dimmen zu können, ohne dass ich riesige Einschaltströme habe. Der klassische Weg im normalen Hausbau ist ja, dass ich über einen Schalter die Versorgungsspannung von der Lampe ein- und ausschalte. Wenn ich sehr viele Lampen habe, entstehen aber natürlich sehr hohe Ströme und dann funktioniert das mit einem Schalter nicht, dann müssen die Lampen eigentlich selber gesteuert werden. Das war die Idee, wie es mal zu DALI kam, um mehrere Leuchten zu steuern und zwar über ein Steuersignal und nicht über die Versorgungsspannung. Jetzt hast du eben gesagt, DALI ist sehr alt. Ist es denn, obwohl es alt ist, immer noch Stand der Technik oder ist es alt? Ja, die Anforderung, dass man ein Gebäude elektrisch beleuchtet, hat sich ja nicht geändert und auch die Anforderung, viele Leuchten anzusteuern, hat sich nicht geändert. Das heißt, der Standard ist nach wie vor in Benutzung. Es gibt natürlich inzwischen eine Erweiterung oder eine neuere Version, weil die Anforderungen sich schon ein bisschen geändert haben. Jetzt mit der LED-Technik, es gibt Farblicht, es gibt Tunable White, also eine änderbare Farbtemperatur des Weißlichts, die man eben auch mitsteuern will. Also das kann ich mit DALI auch steuern. Kann ich mit DALI auch, das war eben im ursprünglichen Entwurf nicht vorgesehen, weil es überhaupt keine Leuchten gab, die das konnten. Das ist inzwischen nachgezogen worden, aber diese Technologie ist nach wie vor im Einsatz und schwappt aus verschiedenen Gründen jetzt immer mehr von großen Bürogebäuden in den privaten Wohnbau rein, weil es eben klare Vorteile gibt. Okay, du sagst, es gibt Vorteile. Ich habe ja eigentlich schon einen KNX-Bus im Haus und jetzt ist DALI ja auch nochmal ein Bus-Protokoll. Also kein Bus-System, aber ein Protokoll auf jeden Fall, ein Licht-Steuer-Protokoll. Wenn ich noch mehr Technik mir ins Haus hole, habe ich erstmal mehr Komplexität. Was habe ich denn für Vorteile? Du hast gerade gesagt, es gibt einen Haufen Vorteile. Welche sind es denn? Ja, also KNX hat zur Steuerung von allen Gebäude-Gewerken im Gebäude gedacht. Das ist keine hochspezialisierte Licht-Steuerung und deswegen funktioniert es zwar, aber eine reine Licht-Steuerung hat ein bisschen anderes Augenmerk. Also nochmal, ich kann Licht auch ohne DALI steuern und mache alles mit KNX. Das habe ich richtig verstanden, oder? Also ich kann mein Licht sowieso ein- und ausschalten, da brauche ich ja nur einen Schaltaktor. Es gibt ja auch KNX-Dimm-Aktoren, also kann ich das Licht auch dimmen. Mehr Anforderungen habe ich ja nicht. Doch farblich, hast du gesagt, habe ich noch. Also kann ich auch buntes Licht machen, da gibt es ja auch so LED-Treiber dann in der KNX-Welt. Also brauche ich ja gar keinen DALI. Das stimmt, aber das Bessere ist der Feind des Guten. Das heißt, ich kann alle Anforderungen auch irgendwie aus der KNX-Produktwelt lösen mit entsprechenden Dimmern. Ich handle mir aber ein paar Nachteile dadurch ein, die ich möglicherweise nicht haben will in der Performance. Also einmal ist es ein Preispunkt, ein Dimmkanal in KNX-Technologie kostet einen gewissen Betrag. Wenn ich LEDs dimmen will mit einem LED-Treiber, da das DALI-System eher Großserientechnik ist und tausendfach verbaut wird, sind die DALI-Vorschaltgeräte im Allgemeinen günstiger und irgendwann rechnet sich der Invest in einen Übersetzer, in das Gateway zwischen KNX und DALI, um dann nachher mit günstigeren DIM-Produkten pro Kanal weiterarbeiten zu können. Das DALI-Gateway ist relativ teuer, deswegen macht es keinen Sinn, für zwei DIM-Kanäle einen Übersetzer einzustellen, der mir meinen DIM-Befehl von KNX auf DALI übersetzt, damit ich dann einen günstigeren Dimmer habe. Aber wenn ich eine hohe Anzahl von gedimmten Kanälen im Gebäude habe, rechnet sich das sehr schnell, den Übersetzer das Gateway zu kaufen. Kannst du das grob quantifizieren? Also rede ich jetzt von 100 DIM-Kanälen, weil ich sage, ich habe jetzt meine 1000 Quadratmeter-Ville und dann macht DALI Sinn oder brauche ich 10 oder brauche ich 2? Kannst du das grob, dass ich eine Orientierung habe, wann DALI Sinn macht? Der Preis, gegen den ich das rechne, hängt natürlich davon ab, wie viele KNX-Kanäle in welcher Technologie habe ich. Aber eigentlich, wenn es mehr als 5, 6 werden, lohnt es sich auf jeden Fall schon mal so eine Bierdeckelrechnung aufzumachen. Kann sein, dass man da schon in den Bereich kommt. Und das Schöne ist natürlich, wenn ich diese bessere Technologie habe, mit der ich viel schönere Sachen machen kann und habe das Geld schon ausgegeben, dann komme ich natürlich auf die Idee, da könnte ich vielleicht im Badezimmer die zwei Spiegelleuchten auch noch dimmbar machen für eine andere Stimmung. Also deswegen ist das alles immer ein bisschen schwammig. Der Appetit kommt beim Essen. Und wenn ich die bessere Technologie, die dann nachher weitere Zukaufprodukte oder die dann Erweiterungen günstiger macht, ins Gebäude schon reingebracht habe, dann verschiebt sich natürlich auch das Gefüge. Deswegen ist das schwer zu sagen, ab so und so vielen Kanälen, weil ich nachher nämlich auch meinen Bedarf sehr schnell ändere, dem Tun. Also nochmal zurück, diese eigentlich alte Lichtsteuertechnologie ist eine Ergänzung, weil sie Funktionen bietet, die ich aus dem reinen KNX-Betrieb heraus nicht habe. Zum Beispiel entsteht das sehr schnell, wenn man unterschiedliche Leuchtentechnologien in einem Raum hat, dann brauche ich unterschiedliche KNX-Produkte. Was heißt Leuchtentechnologien? Also was muss ich mir darunter vorstellen? Leuchtentechnologien? Also nur ganz grob, dass ich... Ja, das ist eine gute Frage. Es hat sich in der Lichttechnik im Haus in den letzten Jahren extrem viel getan. 100 Jahre war keine Bewegung drin, da gab es nur glühende Metallfäden, die direkt von der Netzspannung durchflossen wurden. Irgendwann hat jemand die Idee gehabt, ich könnte die Netzspannung ein bisschen zerhacken, dann kommt ein bisschen weniger Leistung aus meiner Leuchte raus und so kann ich die dimmen. Man hat also die Versorgungsspannung, die Netzspannung verändert, entweder ein- oder ausgeschaltet oder in der Menge, die man durchgelassen hat, verändert, um das Leuchtverhalten der Lampe zu beeinflussen. Dann ist man draufgekommen, dass es ja Quatsch ist, 90% in Wärme umzusetzen und nur 10% in Licht und ist dann über Energiesparlampen, was Neonröhren gewendelt mit Vorschaltgerät in einem riesen Einschraubsockel waren, zu verwenden und inzwischen ist man auf LED-Technik gekommen. Das ist Retrofit quasi, alles was ich im Baumarkt kaufe quasi, wo ich... Genau, das heißt ich habe ein Ersatzprodukt für die alte Glühbirne, was ich in die Fassung reinschraube, wo eine LED zum Leuchten gebracht wird, aber diese LED funktioniert nicht mit den 230 Volt aus der Fassung, wie vorher die Glühlampe. Okay, da habe ich eine andere Technik quasi. Ich habe ein Vorschaltgerät darin, das mir erstmal umwandelt von 230 Volt Wechselspannung auf den Konstantstrom, den eigentlich der LED-Chip braucht. Was zur Folge hat, wenn ich die Versorgungsspannung verändere, das heißt, wenn ich die 230 Volt Versorgungsspannung herunterfahre oder zerhacke, zerhacke ich die Versorgung für mein Vorschaltgerät, was mir mein eigentliches Leuchtmittel ansteuern soll. Das funktioniert in einem gewissen Bereich sehr gut. Wenn ich aber zu weit runterdimme, verhungert mir mein Vorschaltgerät und kann dann irgendwann gar nichts mehr. Das kennt jeder vielleicht schon mal, der so eine Retrofit-Birne irgendwo ausgetauscht hat an einem klassischen Drehdimmer. Dann dreht man runter und irgendwann fängt das an zu flackern und irgendwann geht das gar nichts mehr. Genau. Das heißt, inzwischen geht man im Neubau einen anderen Weg. Wenn man LED-Leuchtmittel einsetzt, betreibt man die auch mit einer Versorgungsspannung, die dafür gedacht ist. Das heißt, ich habe ein spezielles Netzteil, ich habe einen speziellen Treiber, der meine eigentliche Leuchte ansteuert. Dieser Treiber spricht möglicherweise kein X. Dann kann ich gute Dimmergebnisse erzielen. Das heißt, aus der Evolution, wie wir Räume beleuchten, von der Glühbirne über die Energiesparlampe bis hin zur LED-Technik jetzt, ist die Anforderung entstanden, dass ich auch eine andere Technologie vorne dran brauche, um diese Leuchten hinten dann wieder dimmen zu können sauber. Weil, so wie ich es früher gemacht habe, geht es ja nicht mehr. Mit meinem klassischen Zerhacker, der meine Sinuswelle zerhackt, geht es ja nicht mehr, weil ich eigentlich nochmal eine Zwischenelektronik dazwischen habe. Und eigentlich muss ich diese Elektronik ansteuern über einen digitalen Befehl. Und die wiederum gibt dann die Information weiter an die LED-Technik. Also die Kette ist einfach anders geworden. Genau, die Kette ist anders geworden. Aber genau das war schon damals in diesem DALI-Prinzip, Funktionsprinzip ja enthalten. Das heißt, beim DALI ist es so, die 230 Volt Versorgungsspannung für alle Leuchtmittel, egal welcher Fasson, sind immer verfügbar. Und über den Kommunikationskanal sagt man dem jeweiligen Vorschaltgerät für die Natriumdampflampe, für die Neonröhre, für die Glühlampe Bescheid. Mach bitte mit dem Verbraucher, der hinter dir hängt, den du kennst, folgenden Prozess. Und das macht man sich jetzt zunutze, indem man die LED-Vorschaltgeräte DALI-fähig macht und mit diesen spricht. Dafür gibt es einfach einen viel größeren Markt. Es gibt eine viel größere Bandbreite an Lichtsteuerprodukten, die DALI sprechen, als native KNX-Dimmer. Also ist DALI eigentlich ein, ich will nicht sagen alter Zopf, aber ein relativ altes Protokoll, was jetzt durch die LED-Technik und durch den Bedarf quasi die Elektronik anzusteuern und nicht mehr direkt den Glühfaden sozusagen zu modulieren, ja, ich sage mal, eine Renaissance erlebt, weil ich es jetzt wieder brauche quasi. Oder kann ich DALI weglassen und mache es mit KNX direkt? Man kann es auch mit KNX direkt machen, aber es ist pro Kanal mit höheren Kosten verbunden. Und ich habe möglicherweise auch eine Limitierung, weil es schon speziell ist, einen Treiber für eine LED gut herzustellen. Das ist normal nicht das Steckenpferd von den klassischen Mitspielern in der KNX-Welt. Das heißt, die kaufen das dann auch zu vielleicht. Also dann hat jeder Hersteller einen oder zwei Treiber für Niedervolt-LED-Systeme. Da ist die Auswahl einfach nicht so groß. Man kommt immer irgendwie zum Ziel. Möglicherweise muss man dann einen Kompromiss bei der Leuchtenauswahl eingehen, damit man es schön mit KNX stimmen kann. Aber es geht in der KNX-Welt. Ich habe aber sehr viel mehr Möglichkeiten in der DALI-Welt. Ja, man muss sagen, der Stand heute ist einfach in den Lichtkatalogen, wenn ich die aufschlage, gibt es einfach keine Produkte, wo drin steht Steuerprotokoll KNX, sondern es gibt ganz viele Leuchten, wo dran steht, ja, klassisch dimmbar oder gar nicht dimmbar oder halt DALI-fähig. Also in meinen Lichtkatalogen habe ich sehr relativ einfach die Möglichkeit zu sagen, ich wähle mir passende Produkte aus, die dann DALI-fähig sind, weil KNX-fähig gibt es quasi noch nicht. Genau. Das ist dann oft ein Problem, wenn man Leuchten kauft, LED-Leuchten, Systeme, Decken-Einbauspots, die haben dann ein Vorschaltgerät. Und auf dem Vorschaltgerät steht dimmbar. Die sind zwar auch dimmbar, aber sie sind halt nicht sehr gut dimmbar. Und wenn ich dann das mit KNX ordentlich dimmen will und habe Glück, gibt es ein natives KNX-Steuergerät für diese Art Leuchte. Aber viele Hersteller interpretieren das als Eingriff in die Leuchte. Sie haben nämlich das Netzteil mit dem Spot zusammen... Also ich würde das Netzteil austauschen gegen einen KNX-Steuergerät. Sie haben das als eine Einheit verkauft. Ich habe jetzt aber das Netzteil rausgemacht, habe mein KNX-fähiges Netzteil reingemacht. Mit der Leuchte passiert irgendwas und der Hersteller oder der Verkäufer sagt dann, ja, du hast ja meine Leuchte zerstört, du hast ja was umgebaut. Und deswegen bin ich jetzt raus aus der Haftung. Das ist natürlich unschön. Wenn ich was aus dem Karton rausnehme, wo DALI draufsteht, und ich schicke meine DALI-Befehle rein, bin ich da natürlich sicher auf dem Feld. Also jetzt haben wir zwar mehr Komplexität, weil ich noch Steuerprotokoll habe. Dadurch spare ich aber ab einer gewissen Größe meines Bauprojekts halt einfach Geld, weil ich pro Kanalpreis günstiger bin. Habe ich sonst noch Vor- oder Nachteile? Oder gibt es noch mehr? Ja, das hatte ich eben schon angedeutet, dass DALI als reines Lichtsteuerprotokoll natürlich in ein bisschen anderen Augenmerk auf die DIM-Performance halt auch legt, beziehungsweise ist das einfach anders ausgestattet. Ist es schnell genug grundsätzlich? Also ist, weil beim KNX sagt man ja, es ist als relativ langsames Protokoll verschrien und DALI ist ja glaube ich noch mal langsamer als KNX. Ist das ein Thema oder ist das, also ist die Geschwindigkeit kein Argument an der Stelle? Ich komme da gleich noch drauf zurück. Die, was ich eben sagen wollte, der Vorteil von DALI ist zum Beispiel, dass es sich orientiert am Ergebnis, was für Licht rauskommt. KNX sagt, ich hätte gerne die und die Helligkeit. Das kann aber sein, dass wenn ich zwei KNX-Dimmer habe von zwei unterschiedlichen Herstellern, die vielleicht eine unterschiedliche Technologie haben, dass 50 Prozent nicht unbedingt gleich interpretiert werden oder als Lichtbild gleich erscheinen. DALI geht da eher ergebnisorientiert vor und ich kann die einzelnen Steuergeräte mit einem Kommando losschicken und die Steuergeräte wissen dann, ich soll in einer Sekunde auf dem Zielwert sein und sie realisieren das dann so, dass das angeschlossene Leuchtmittel in einer Sekunde auf dem Zielwert ist. Also es geht um Timing. Das geht um Timing, genau. Und wenn ich drei verschiedene Technologien im selben Raum habe und die sind dann aber auch alle auf ihren eigenen Wegen nach einer Sekunde auf dem Zielwert und dann zuckt nichts mehr. Und je mehr unterschiedliche Leuchten ich habe und je größer die Räume werden, im modernen Wohnbau kombiniert man ja gerne Essen, Wohnen, Kochen in so größeren Bereichen, da kommen dann schon einige Leuchten zusammen. Und wenn ich dann einen Befehl schicke und versetzt das Ergebnis erst erhalte... Macht es klack, 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 irgendwo, es passiert der Reihe nach was. Ganz genau. Also der Befehl kommt natürlich über den Bus gleichzeitig und alle Mitspieler in dieser Szene oder in der Lichtsituation fangen gleichzeitig an, aber sie werden eben nicht gleichzeitig fertig. Und das sieht man dann natürlich als Benutzer im Gebäude und das ist mit DALI sehr viel schöner zu realisieren, weil ein Befehl geschickt wird, die Leuchten wissen, es hat mit mir zu tun, dass die Vorschaltgeräte wissen das und die fangen alle gleichzeitig an zu arbeiten und der Timer läuft los und die sind zur gleichen Zeit auf dem Zielwert. Das heißt, ich kann in komplexeren Lichtinstallationen viel schönere Dimmergebnisse... Und das geht nur mit DALI, das kriege ich mit KNX nicht hin. Auch wenn ich eine KNX-Szene habe, wo ich sage, okay, ich schicke einen Befehl und alle hören zu, habe ich trotzdem nicht die Möglichkeit, um KNX zu bestimmen, dass das harmonisch quasi passiert, wenn diese Lichtwechsel passieren. Kann man schon in der Theorie. Ja, in der Praxis gibt es immer irgendeinen, der aus der Reihe tanzt oder wo ich was vielleicht nicht einstellen kann. Der eine Hersteller bietet mir sehr feine Einstellungen von Dimm-Rampen an, der andere eine etwas grobere. Ach so, weil der Unterschied ist, dass in dem DALI-Protokoll ist alles quasi in dem Protokoll definiert, in dem Standard definiert. Die Dimm-Zeit ist halt, weiß ich nicht, vier Sekunden und das ist bei allen Produkten dann gleich. Und beim KNX kann ich es konfigurieren pro Hersteller oder der eine Hersteller macht es mir konfigurierbar, der andere gibt mir die Möglichkeit, gar nicht das einzustellen und deswegen habe ich da Schwierigkeiten, das hinzutüften. In der KNX-Welt gibt es das, also es gibt Hersteller, die das anbieten. Andere bieten es aber nicht an, also es ist nicht verpflichtend. In der DALI-Welt ist das ganz klar in diesem Standard drin. Jedes DALI-Vorschaltgerät kann von mir gesagt bekommen, wie schnell ich gerne den Dimm-Wert erreicht hätte und das schreibe ich dann eben in alle beteiligten Geräte rein und die synchronisieren sich dann. Also die arbeiten dann auch synchron. Das ist einfach ein Feature, was schon immer in dieser DALI-Welt vorhanden ist und was man in KNX teilweise mit Gebastel erst erzeugen muss. Also ich fasse nochmal die Vorteile zusammen. Du sagst, zwischen Lichtstimmungen wechseln ist halt einfach schöner mit DALI. Ich kann einfach ein schöneres Ambiente erzeugen, also nicht von der Lichtwirkung, weil das hängt ja einfach nur vom Produkt ab. Aber wenn ich zwischen verschiedenen Lichtstimmungen hin und her wechseln will, dann kann ich das quasi, wie soll ich sagen, homogener machen oder einfach schöner gestalten, dass das für den Nutzer halt am Ende schöner ausschaut, was ich mit KNX nicht hinkriege. Und die Anforderung entsteht, weil ich ja mehr als eine Deckenbrennstelle habe in einem modernen Gebäude, weil ich halt indirekte LED-Streifen irgendwo habe, weil ich Spots habe, weil ich einen Küchenblock noch beleuchte, um bei deinem Beispiel zu bleiben. Also ich habe einfach viele Lichtgruppen und die muss ich dann halt deswegen auch irgendwie in Interaktion miteinander. Ja, zusätzlich zu der Anzahl der angesteuerten Lichtgruppen ist es eigentlich auch, ist der Knackpunkt, dass es unterschiedliche Technologien sind, die ich mit dieser DALI-Technologie synchron bekomme. Also der Dirigent DALI bekommt das hin, dass das Orchester gleich spielt bei KNX. Kann es sein, muss aber nicht sein. Und das ist natürlich ärgerlich, weil man es erst am Ende, wenn alles fertig ist, feststellt normalerweise, wie ist denn das dem Verhalten. Du hast eben die Geschwindigkeit der Busse noch angesprochen. Das ist normalerweise deswegen unkritisch, weil ich als Benutzer ja die Latenz, also die Verzögerung zwischen meinem Befehl abschicken und der Befehl wird ausgeführt, nicht merke. Ich merke es aber, wenn die Mitspieler unterschiedlich schnell reagieren auf den geschickten Befehl und das ist eben bei DALI auch ausgeschrieben. Also wenn ich unterschiedliches visuelles Feedback kriege von den Leuchten, weil die eine ausgeht, dann geht die zweite aus, dann geht die dritte aus. Oder sie brauchen unterschiedlich. Das ist dann halt auch was, egal wie schön die Lichtwirkung bei eingeschalteten Leuchten ist, das fällt dann jedem Laien auf, dass hier irgendwas komisch ist, wenn man schon halb aus dem Raum draußen ist und dann geht erst hinten der letzte Spot auch noch aus. Und das ist auf jeden Fall ja auch der technische Anspruch, den man hat, dass ich jetzt keine neue Technik in meinen Neubau einbaue und dann habe ich da so klack, 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 wie beim 386er, dass der Reihe nach irgendwie die Fenster zugehen. Denn ich sage mal, die Funkprotokolle, wie wenn ich 5 Philips Hue Lampen habe, dann können die auch synchron ihre Lichtstimmungen ändern. Und das ist ja der Mindestanspruch, den ich habe, wenn ich dann schon KNX und hochwertige Lichttechnik einsetze, dass das da dann auch von der Wirkung oder von dem, wie es aussieht dann, wenn ich es benutze, auch so anfühlt. Sag mal noch einen Satz, wie kriege ich denn jetzt dieses DALI an das KNX mit dran? Also jetzt habe ich ja das in KNX, den habe ich als Basis und ich will DALI noch dazu haben. Wie bringe ich die jetzt, wie verheirate ich die? Dazu gibt es fertige Gateways, die auf der einen Seite eben eine KNX-Klemme haben, auf der anderen Seite die DALI, das DALI-Protokoll rausschicken. Im Gegensatz zu KNX hat DALI keine Rückmeldewerte oder kaum. Das heißt, ich brauche ja, um meine Visualisierung anzusteuern oder sowas, brauche ich auch Rückmeldewerte. Das wird alles von dem Gateway auch verwaltet. Also es kommt ein KNX-Befehl, der wird an DALI weitergeleitet. Und das Gateway meldet mir zurück, der Befehl wurde ausgeführt. Also die Statusrückmeldung von der Leuchte kommt nicht von der Leuchte, sondern von dem Gateway, damit das eben im KNX-Protokoll auch konsistent ist mit allen anderen Dimmern oder Leuchten. Das DALI-Protokoll kann 64 Einzelleuchten adressieren und die können in 16 Gruppen aufgeteilt werden. Der Vorteil von dieser Gruppenaufteilung ist, dass die Teilnehmer der Gruppe wissen, dass sie Mitglied der Gruppe sind. Die müssen also nicht einzeln adressiert werden, sondern bekommen simultan einen Befehl und wissen alle, aha, ich bin gemeint. Ich bin wieder beim Timing. Da sind wir beim Timing. Weil ich nicht für acht Teilnehmer in dieser Gruppe acht Befehle schicken muss, sondern nur einen Befehl an diese Gruppe. Genau. Und dann reicht auch der relativ langsame DALI-Bus, um mit unmerklicher Verzögerung quasi einen Befehl auszuführen. Genau. Sobald ich mehr Gruppen brauche als 16, muss ich mit Tricks arbeiten. Das heißt, ich schicke eine Sequenz. Also ich sage dann, ich schicke eigentlich keinen Befehl Gruppe 1 auf diesen Wert dimmen, sondern ich schicke für jede Einzelleuchte, die ich gerne in dieser Gruppe hätte, hintereinander die Befehle. Und da merkt man dann, wenn es mehr als zwei, drei Leuchten sind, schon mit bloßem Auge die Verzögerung. Also ich muss auch in der Programmierung es richtig machen und ein paar Sachen beachten, damit dann auch der Vorteil, den du ja vorhin skizziert hast, dann auch tatsächlich zum Tragen kommt. Also es gibt ein paar Rahmengrößen, auf die man in der Planung achten muss, damit die Technologie auch ihre Vorzüge ausspielen kann. Ja. Sag mal noch, letzte Frage, ein Satz zur Verkabelung. Jetzt habe ich ja schon meinen KNX-Bus im Haus. Den schleife ich ja quasi als Ring durchs Haus. Ja. Muss ich jetzt noch einen DALI-Bus durchs Haus ziehen? Oder wie sieht das aus? Ja, muss ich. Praktischerweise darf das DALI-Signal aber zusammen mit der Versorgungsspannung der Leuchten verkabelt werden. Das heißt, im klassischen Fall lege ich ein 5-adriges Kabel, wo die 230 Volt Versorgungsspannung für diese Vorschaltgeräte und die Leuchten drin laufen. Und zwei Adern liefern die Kommunikation mit. Das heißt, ich habe eigentlich keinen vergleichbaren Mehraufwand wie beim KNX. Also ich muss kein extra Kabel ziehen, sondern... Denn das 5-adrige Kabel habe ich ja vielleicht sowieso schon in der Decke, weil ich in meinem Kinderzimmer nicht weiß, habe ich da später mal eine Lampe, die ja verschiedene indirekte und direktes Licht zum Beispiel hat. Dann brauche ich ja eh zwei Phasen. Also habe ich ja vielleicht eh schon ein 5-adriges Kabel. Da habe ich sowieso schon vorbereitet, um flexibel zu sein mit Schaltkanälen oder mit der zentralen KNX-Dimmung, mit der ich vielleicht gerechnet habe. Ansonsten ist das halt auch ein Standardkabel, was jeder Elektriker sowieso im Auto hat. Also das ist kein spezielles Buskabel, was dazu kommt, sondern es wird einfach das 5-adrige von der Rolle gezogen und die Verdrahtung in der Verteilung ist dann ein bisschen anders, weil ich ja auch schauen muss, dass meine Linienkommunikation läuft. Aber das ist ein sehr überschaubarer Mehraufwand. Okay, also klingt ja erstmal so, als wäre das durchaus eine sinnvolle Ergänzung und wir packen das DALI mal auf die Best-Friends-Liste vom KNX, weil es eigentlich viele Vorteile hat, wenn ich schon KNX habe, dann und meine Voraussetzungen erfüllt sind, weil mein Haushalt, ich sage mal, ausreichend komplex ist oder meine Räume ausreichend viele Lichtgruppen haben, dass ich dann das DALI noch mit oben drauf sattel. Ganz genau. Okay, cool. Also ihr seht, das Thema DALI ist durchaus nochmal eine ganz eigene Welt für sich und es macht durchaus auch Sinn, wenn ich schon KNX habe, da über DALI noch mit nachzudenken. Man kann da noch sehr viel tiefer in die verschiedenen Bereiche einsteigen. Wenn ihr konkrete Fragen habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare unter dieses Video. Dann können wir ein paar Fragen sammeln und da gerne nochmal weiteren Content für euch produzieren. Okay, Philipp, vielen Dank für die wertvollen Informationen. Das war schon mal ein super Einstieg. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Dann seid ihr immer up to date und bis zum nächsten Mal.